Herzlich Willkommen zurück zu Avatar! Ähm... Stand ich nicht noch wo ganz anders? Und zwar da hinten bei diesem Typen, weil... Da hab ich doch zuletzt gespeichert... Scheißegal! Yeah, yeah, yeah! Oh mein, geil! Was, ein Jump! Äh, da... Na klar. Äh... Einfach mal reden, weil's blau ist. Äh, warte, Probe. Yeah, äh, toll. Sail-Probe. Hä? Nein, das ist so eine Porta-Tossi. Äh, ich will doch nicht porten. Cool, analysieren. Ich analysiere dich. Analysiere dich. Oh, du hast wenig Gesundheit, ich könnte dich verprügeln. Du bist... Scheiße. Äh, springen. Yeah, wie cool. Huah, ha! Und Y. Yeah. Yeah, yeah. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich kletter mal wieder hier hoch. Hu. Ja. Äh, 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 ja. Ah. Hallo. Eine Textbox. Bei Damo wollte die Blumen nicht. Die gleichen Blumen waren sein erstes Geschenk für mich. Er würde es nicht zeigen, aber er weiß jetzt, dass du meinen Segen hast. Wir müssen den Himmelszun zerstören und diese, wie nennst du sie, Splitter finden. Wirst du uns helfen? Diese Kisten sind Sprengstoff. Verstehst du? Boom, boom. Ja, knick, knack. Wir werden aus Stein Feuer machen. Oh. Oh, 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 oh. Oh, guck mal da. Sprengladungen sammeln. Natürlich sind die auf der ganzen Karte verteilt. Was? Wer will mich töten? Bleib ruhig, Junge. Kriegst einen Headshot. Oh, yeah, yeah. Was ein Sprung. Ist ja cool. Voll der Kick. Ich fall runter. Ja, ich bin kurz vorm Sterben. Warte, warte, warte. Ich hab ja den hier. Yeah, yeah, yeah. Mann, wie geil. Man kann nicht einmal die Windeln wechseln ohne eine Katze ziehen. Oh, scheiße. Die Arschlöcher wieder. Dass sie sich immer bekriegen müssen. Hey, Kumpels, ich würde gerne helfen, aber ich brauch den Sprengstoff. Danke. Was ist das Gelbe da? Egal. Ich geh mal helfen. Ho, ho, ho. Yeah, what? Bam. Weise gehauen, ihr Wichser. Warum sollte ich eine Zellprobe von einem... Ich bin vorm Sterben. ...von einem Mensch nehmen? Ich geh weg. Heal. Hä? Alter, ich hab doch Heal gedrückt, aber sowas von... Was ein Bastard. Erholen, ja, dann mach das. Was ein Dreck, ich hab... So, du kleiner Hurensohn, hast mich also umgebracht, ja? Perfektes Stück Scheiße. Zellprobe. Zellprobe. Ah, ich musste hier lang mitnehmen. Scheiß, Sprengstoff. Natürlich. Ist ja immer so. Oh, mein Gott. Yo, voll die... Doch, ach du Scheiße. Die machen hier voll den Krieg. Tschüss, wie die übertreiben. Chillt doch alle mal. Auf ein Bierchen in der Kneipe verträgt man sich doch immer. Äh, gelbes Gebiet. Hier ist angeblich... Sprengstoff, aber... Natürlich, da oben drauf bestimmt. Hey, cool, Zellproben. Autsch. Yo, ich lauf einfach mal durchs Gefecht. Muss die Zellproben haben. Ja. Gut. Okay. Da oben. Ja, ich seh's. Yeah, yeah, yeah. Schnell hier weg. Und da lang. Und hier hoch. Und hier hoch. Und da lang. Die Feindmucke wird leiser. Jep. Drei von sieben. Neun. Was ist denn Dreck? Wieso fall ich hier runter? Da... Äh. Ich hänge. Äh. Ah. Was willst du denn, du Arschloch? Oh, kacke. Heal. Hä? Junge. Alter. Wie er einfach nicht healt. Halt die Fresse jetzt, du Penner. Äh. Nimmst du mal die scheiß Probe von dem Idiot? Äh. Da lang. Hup. 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 Na klar. Äh. Was zum Teufel? Die Pflanze hat mir, glaube ich, geholfen, oder was? Haltet die Fresse. Was soll denn der Scheiß? Wie die einen angeblich umbringen. Hey, darf ich? Ich mein. Hey, was denn? Jaja, komm her, komm her. Bleib doch ruhig. Ist doch okay. Ducker. Yeah. Mit dem Einmesser oben. Weil's cool aussieht. Die Laufanimationen sind mal voll scheiße. Hey, da unten sind meine Freunde. Da unten waren meine Freunde. Ich kannte sie zwei Sekunden. Hey, ich will so in die Kran fliegen. Komm her. Scheiße. Naja, ich geh einfach mal hier lang. Lalalala, scheiß drauf, dass meine Kumpels verrecken. Dann bin ich unauffälliger. Dann hab ich noch etwas von diesem Menschlichsein andere Leute im Stich lassen. Was? In die Fresse geschlagen. Ein Treffer? Achso, das ist eine Kombo-Serie. So, hier kann ich ja jetzt nicht wieder nochmal runterfallen, ohne mir alles zu brechen. Au. Ach, halt's Maul. Scheiße, du Idiot. Ich sagte hier. Gut. Ach, Mann, das sind zu viele. Wenn alle auf einen schießen, ist das scheiße. Jo, natürlich ist da noch. Alter. Alter. Halt die Fresse. Was zum Teufel? Hä? Alter, hol mich aus dieser Kaktus da raus. Gut, jetzt reicht's. Welcher verfickte Hurensohn hat mir in den Rücken geschossen? Natürlich ist jetzt keiner da, den man verprügeln kann, ja? Ihr blöden Wichser. Ja, ja. Von wo auch immer der Beschuss kommt. Ja, jetzt ist da einer. Okay, okay. Alter. Du Wichser. Halt die Fresse. Ey, und ihr könnt euch auch mal ficken da oben, Mann. Alter. Ey, wie langsam. Ja. Wie lange der braucht. So holt das einfach raus. Hier. Düp, 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 zack. Junge. Ah. Geht doch. Spregenstoff, ich komme. Und ich habe alles. Hä? Eine fehlt noch. Okay, okay. Von mir aus. Ach, Fresse, Alter. Halt's im Auge. Vollspasten. Hey, Zellprobe. Ich klaue Blut. Ich bin irgendwie böse oder so. Ich weiß auch nicht. Yo. Erstmal eins in die Fresse geballert mit dem Raketenwerfer oder sonst was. Für das, was die machen, trinke ich morgens einen Kaffee. Okay, aber die hauen sich ja Raketen in die Fresse, um Wachzwälen, wie es aussieht. Oh ja, natürlich. Zieh die Waffen raus und steck sie wieder rein. Und eine Kaffee ziehen. Muss ja so sein. Und jetzt von hinten. Komm schon, schieb ihm die Rakete in seinen Arsch. Das waren meine Freunde. Ich kannte sie diesmal sechs Sekunden. Bleiben wir für uns vorwärts! Der eine hatte Beziehungsprobleme, der andere nicht. Ja, das habe ich rausgefunden. Leckt mich da oben, ihr Vollidioten. Huka-Jaka, 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 Huka-Jaka. Ähm. Ohne runter zu fallen. War ja klar. War ja klar? So. Natürlich ist das wieder da oben. Hey, Kumpel. Ich bin natürlich auf deiner Seite. Keine Angst, ich bring dich ja nicht um. Das war einfach nur so ein Abklatscher. Ich wollte dich nicht schlagen. Ah, diese Behindertenblumen sind also immer da, wenn man irgendwo hochkrabbeln kann. Muss ich mir merken. Was zum Teu... Äh. Genau. Genau. Na ja, klar, irgendwie. Huch, 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 huch. Halt's Maul. Mann, ihr seid wirklich Menschen. Schießt mir einfach in die Seite. Hä? Drohne zerstört? Halt die Fresse. Jo, die geben es mir hier. Und ich hab sie jetzt diesmal endlich alle. Na also, Ziel erreicht. Sag ich doch. Was ist das da oben? Kann ja nicht schaden, das abzuschießen. What's wrong? Oh, wie cool. Mein Feind. Du Idiot, geh mir doch nicht in den Weg. Yeah. Auch wenn der Pfeil noch nicht mal da war. Aber okay. Oh, Zellbrum. Man kann ja nie wissen. Sonst ist es beschissen. Meins. Hm. Hm. Hätte ich vorher gewusst, dass man als Avatar ganz anders aussieht. So mongo-haft. Da hätte ich lieber auf den scheiß Navi geguckt, als auf den verfickten Mensch. Halt die Fresse. Jo, jetzt kommen sie hier. Ich hab nur einen von euch umgebracht. Ihr wollt mich gleich alle umbringen. Irgendwie. Logischer Satz. Scheiße. Scheiß drauf. Ich bin jetzt tot. Ja, ist doch alles klar. Alles klar. Fick dich. Was auch immer da so eine Range hat angeblich. Junge. Cool. Auto-Heal. So. Welches verfickte Stück Scheiße will ein paar auf die Fresse. Du. Können wir doch klären. Können wir doch alles klären. Arschloch. Warum nehm ich die nicht die ganze Zeit? Warte. Du bist auch ein Feind? Erinnerter Mensch. Versteckt er sich da? Oh. Junge. Ich hab's doch verstanden, du Wichse. Okay. Da, 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 da. Einfach mal kaputt gemacht. Alter. Wie scheiße. Die sind viel zu klein, als dass ich die sehe, diese Vollidioten. Ja, ja, ja. Ist doch okay. Ich geh jetzt einfach mal hier hin und drück Y. Kein Bock mehr. Wumms. Ach, den Scheiß soll ich zerstellen. Alles klar. Yeah. Boah. Kann ich fliegen? Kann ich fliegen? Kann ich fliegen? Na klar. War doch eh klar, dass ich nicht der Idiot bin. Oh, Mann. Auf dem Mikran. Ja, ist doch okay. Ich weiß. What the fuck ist das denn, als? Ich kapier's nicht. Er hat irgendwas gesoffen, der Wichse. Äh. Hier ist ein komischer... Ah, du Idiot. Hm. Hm. Ah. Na, tut mir leid. Tut mir leid. Wissen Sie, ich werde beschossen, deswegen... Wir reden gleich weiter. Halt die Fresse. Ey. Mann, Mann, Mann. Das sind aber zäh hier, die Idioten. So, Kumpel. Jetzt können wir reden. Die Raketen haben aufgehört. Aber eine kleine Tat macht aus dir noch keinen verbündeten Mensch. Arschloch. Du musst klettern. Finde die Ikran-Nester. Die, die du Banshee nennst. Ja. Oh, ich will. Ein wahrer Navi klettert zu seiner Ikran. Du musst dich bewähren. Nur Feiglinge klettern nicht. Alles klar, Kumpel. Wiii. Level up. Und irgendwas Leuchtendes. Oh, ja. Hier ist wahrscheinlich das, ähm... Keine Ahnung. Es hat einfach orange geleuchtet. Huf, 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 huf. Der Rattenschwanz. Eklig. Warum haben die überhaupt einen? Das sind... Mensch... Blaue Menschen, Alien, Navi, äh... Warum der Schwanz? Zum Teufel. Die haben doch schon einen Pferdeschwanz. Die haben alles mögliche Schwanz. So, teleporte mich mal. Äh, ich will nach Hause. Höh, höh. Gut, dann ist es doch von hier näher. Na ja, klar. Also da lang? Ah ja. Höh, höh, höh. Ja, ja, ja. Spring, oh no, man. What the fuck. Und ein grünes Zellprobe. Höh, höh, höh. Zellprobe. Zellprobe. Spring, du Trottel. Zellprobe. Oh man, voll das Labyrinth auf der Karte. Aber egal. Oh, oh, muss ich haben. Spring da hoch. Was denn, Trottel? Zellprobe. Es geht rauf, rauf, rauf. Immer schön die Ranke rauf. Und ich kletter für mein Leben gerne immer weiter höher, tiefer. Höher, tiefer, genau. Okay, schon gut, schon gut. Nein. Nein. Ähm. Höher. Höher? Ich sag du. Mann, der hat ja voll die Pants an. Voll die Hotpants. Ha. Die Uni-Buchs. Ob Navi Kleidung brauchen? Wozum? Da soll ich hoch, oder? Äh. Da sind ja Helikopter. Ähm. Wow. Das war knapp. Das war knapp. Oh, hier lang wahrscheinlich. Yeah, yeah, yeah. Ich spring rum. Du bist dumm. Cool, gewonnen hittet. Haltet die Fresse. Alter, das ist, das ist nicht wahr. Was mache ich falsch? Junge, Junge, was ein Arschloch. Ähm. Ja, Zellprobe. Will ich haben, springen. Äh. Na klar. Na klar. Und irgendetwas explodiert. Sag mal, das ist doch jetzt ein Scherz. Die wollen mich echt verarschen. Ja. 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 Genau. Genau. Ist alles okay. Motherfucker. Spring. Dann springe ich eben nochmal. Mal da drüber. Uh. Was ein Scheiß. Ja. Klar. Klar. Ganz genau so. Ach, fickt euch. Ihr Scheißdrohnen. Oder was auch immer. Äh. La 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 la. Man kann nicht mal die Kamera um ihn schwenken. Das geht an jedem Behindertenspiel. Ah. Was ein Arschloch. Hast du zu ne große blaue Brustbehaarung? Als ob die Kamera da rum schwenken könnte oder was? Du verdammter Affe. Uh. Uh. Ja, jetzt tu noch so. Entschuldig, du Arschloch. Spring. Was ein Penner. Yeah, yeah, yeah. Zellprobe. Für den Scheißhaufen hier bin ich jetzt zweimal da runter gefallen. Spring. Warum auch immer. Und hier geht's weiter. Yeah. Ah, ja, Warnikran. Wo alle nur denken, what the f- Einfach mal springen, bevor irgendwas irgendwie wieder umbringt. Hä? Hier verliert man ja voll die Orientierung. Ich lauf einfach. Ich denke, das Ziel ist es, einfach mal höher zu kommen. Hm, 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 hm. Ah, ne Zellprobe. Meins. Ach, verpiss dich. Genau, wenn man gegen schlägt, geht's kaputt. Gut, das ist ja eigentlich logisch. Oh, ne. Katzen sind behindert. In dem Spiel zumindest. Oh, wow. Ein Overview. Danke. Also, das wäre echt nicht nötig, aber... Mann! Es ist mir Wayne. Alter. Leckt mich, ihr... Oh, geil. Ja, so einen will ich haben. Oh, geil. Wenn man den dann noch aussuchen könnte. Oh, das wäre so nice. Kletter, du Idiot. Huh, 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 huh. Blauer, behinderter Affe. Welcher Schwachkopf kam eigentlich auf diese... Wir haben die Verbindungskammeren, haben aber schwere Verluste. Falco will uns tot sehen. Wir kehren um. Bleiben Sie bei Bay Damu. Er ist ihr sicherster Kandidat. Alles klar. Welcher Vollidiot kam eigentlich auf die Idee? Blaue Menschen. Blaue... Affen. Blaue... Blaue Indianer. Blaue... Na, wie? Diese... Was zum... Muss ich dazu jetzt irgendetwas sagen? Nein, ich werde dazu nichts sagen. Und wag dich, dass er jetzt Kontrollpunkt jetzt am Arsch der Welt ist. Keine Ahnung, wo das hier ist. Ich habe hier eh keine Ahnung, wo was ist. Also laufe ich einfach. Unübersichtliche Scheiße hier. Ach, fickt euch doch, Mann, ihr Vollidiot. Ja, komm. Ist gut. Ist gut. Spasti. Und klettern. So. Hallo? Jemand hier? Wow. Hey, da ist ein Kumpel. Hallo, Kumpel. Hilf mir mal. Genau, lenkt du dir ab. Danke, sehr nett. Arschloch. Alter, fall nicht runter, du Vollwichser. Hi, Kumpel. Ja, eine Zellprobe. Spannende Musik. Oh mein Gott, wie spannend ist das denn? Alter, krass. Ich kletter hier hoch. Äh. Alter, bist du... Junge! Blaue Affen sind noch behinderter als normale Affen. Gehe ich lieber in den Zoo, wenn ich Affen sehen will, statt zu diesem hässlichen Idiot hier, ey. Huh. Oh, Nachladen! Ja, ja, ich hab's verstanden. Ihr seid Arschlöcher. Bist du Scharfschütze oder was? Halt die Fresse. Oh, eine Zellprobe. Danke. Nehme ich mit. Ich klone dich jetzt daheim. Scheiße, man. Yeah. Ach, fick dich, du Scheißdrohne. Halt die Fresse! Ja, komm, alles bringt mich um. Ich sterb jetzt eh. Alter. Kannst du dich bücken irgendwo, du Idiot? Ne, natürlich nicht. Wie auch immer du das jetzt machst, du Arschloch. Ich sterb jetzt eh, deswegen beende ich mal... Fick dich, den Part und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.